Ich habe mich entschieden, die Nr. 100 wird der Calamarty-Train. Mein, wie auch immer, keine Ahnung, mein Train auf jeden Fall. Das wird meine 100.achter Bahn. Und wenn ich die gecountet habe, dann sprechen wir darüber. Jetzt erst mal Count abholen und den ersten Meilenstein. Mein erster Meilenstein, juhu! Mein erster Meilenstein, juhu! Wo ist das denn? Meine 100.achter Bahn, juhu! Mein, mein Leben! Das war das von der Bremse. Oh, der Arsch muss jetzt rüber. Oh, der Arsch! Oh, der Arsch! Oh, der Arsch! Oh Gott, ist das eine Bremse, ey! 100 Sekunden! Applaus! Für mich! Jetzt 100 Wasserbahnen! Alles klar! Oder 100 Mal Bungee Jumping! Puh! Der 100. Count ist eingepackt! Ich hab ihn, juhu! Dreistellig! Ist ja schon ein kleiner Meilenstein, muss man ja sagen. Ist richtig. Hättest du erwartet, dass es ein Maintrain wird? Ehrlich gesagt nicht, ne. Aber ich hab ja gegen Maintrains gar nicht. Ich find Colorado zum Beispiel auch ne ziemlich geile Bahn von Tarsaland. Allerdings, die Colorado Bahn in Tarsaland fährt sich auch gescheit. Die fuhr sich ziemlich beschissen, muss ich sagen, oder? War sehr gut geschlagen, ja. Hat immer wieder so einen Schlag wegbekommen. Ja, da merkt man das Alte auf jeden Fall. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Das ist meine 100. Achterbahn gewesen. Das ist mein Schwänder als 100. Ich hab nur so ne Kinderachterbahn als 100. Genau. Wollen wir auch Konga nehmen oder so? Ist ja langweilig, ne? Ja. Ne, ich bin sehr happy. 100 Counts sind da. Jetzt können wir auf die nächsten 100 drauf gehen.